Die belesene und fünf Sprachen sprechende Ex-Außenministerin weiß, dass sie polarisiert. Das Statement von Karin Kneissl in ihrem aktuellen Polit-Podcast-Talk mit Flavio von Witzleben über ihren aktuellen Aufenthalt in Moskau wird erneut für viele Kommentare sorgen. Immerhin wird die Regierung der russischen Föderation seit dem Februar des Vorjahres scharf für den Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert. Dazu hat die EU bereits mehrere Sanktionspakete verhängt und verbietet russischen Staatsbürgern die Einreise nach Westeuropa. Sie wolle aber weiter bei ihren Studenten unterrichten, sagte jetzt Karin Kneissl in dem aktuellen Gespräch. Es ist ihr offenbar mittlerweile egal, dass sie von ihren Gegnern als KGB-Agentin oder Putin-Sklavin beschimpft wird. Im Podcast Unipolar-Multipolar von Flavio von Witzleben sagt die Ex-Außenministerin, die mit ihrem Hochzeitstanz mit Wladimir Putin weltberühmt wurde. Sie lebe jetzt im Libanon, 60 Kilometer nördlich von Beirut, ohne stets funktionierende Stromversorgung. Da freue ich mich, wenn ich wieder einmal zehn Tage in Moskau sein kann. Da schnuppere ich wieder Stadtluft. Ich vermisse Europa, mein Sie im Talk. 2020 wurde Karin Kneissl massiv in Österreich angefeindet. Dann wurde sie auch aus ihrem Haus in Südfrankreich vertrieben. Der französische Geheimdienst hätte Kneissls Vermieter derart unter Druck gesetzt, dass der Vertrag gekündigt wurde. In dem aktuellen Gespräch bedauerte Kneissl auch, ich wurde de facto mit einem Arbeitsverbot in Europa belegt. Es waren dann extrem viele Drohungen. Dann kamen auch noch 26 Strafrechtsprozesse. Mir wurde sogar der Mord an meinen Tieren vorgeworfen. Die座rate Koppel Dann kamen auch noch aus dem смотритеwerk. Der kultur von da D. Vielen Dank.